Die Rheinauer, die identifizieren sich eigentlich schon relativ stark mit ihrem Stadtteil. Es gibt viele alteingesessene Menschen, die hier tatsächlich auch geboren wurden. Aber wir haben auch eine sehr hohe Zuzugsrate. Und so gibt es hier eine recht bunte Mischung an Bevölkerung. Wohnen, Arbeiten und Industrie, das prägt die Mannheimer Rheinau. Bekannt ist der Stadtteil unter anderem für die Kirchen auf dem Pfingstberg, den Hafen oder den Rheinauer See. Hier am See in Rheinau-Süd hat die Stadt Mannheim die Voraussetzungen für ein Wohngebiet in besonders attraktiver Lage geschaffen. Das Gebiet rund um den Gebäudekomplex in der Durlacher Straße hat sich verändert. Ende der 90er Jahre hatte es sich mehr und mehr zum Stadtteil im Stadtteil entwickelt. Gemeinsam mit der Stadt Mannheim hat die GBG bis 2007 alle Gebäude saniert und das Wohnumfeld aufgewertet. Das Nachbarschaftshaus auf der Rheinau hat ebenfalls vom Programm Die Soziale Stadt profitiert. 1962 eröffnete das Nachbarschaftshaus und ist seither das Zentrum der Jugendarbeit im Stadtteil. Mit den Fördermitteln wurden hier Sanierungsarbeiten vorgenommen. Was ganz besonders ist auf der Rheinau ist, dass hier so viele Leute sich so stark für ihren Stadtteil einsetzen und ehrenamtlich engagiert sind. Und somit gibt es ein ganz reiches kulturelles Leben, viele Veranstaltungen, die diese Vereine mittragen. Die Stadt hat darüber hinaus in das Rathaus Rheinau investiert. Nach der Sanierung für ca. eine Million Euro erreicht das Gebäude heutige energetische Standards und ist barrierefrei nutzbar. Ein paar hundert Meter weiter liegt das Familienzentrum. Auch hier führt die Stadt Mannheim Sanierungen durch. Die Arbeiten auf der Feuerwache Süd sind aktuell in vollem Gange. Ein Ausschuss des Gemeinderats hat für die dortige Sanierung mehr als 2,3 Millionen Euro genehmigt. So wird sichergestellt, dass der Betrieb der Feuerwache Süd weiterhin aufrechterhalten wird. Die Relaisstraße wurde bereits Anfang der 2000er Jahre umgestaltet. Dadurch wurde sie in ihrer Funktion als zentrale Durchgangsstraße und Einkaufsmeile erheblich verbessert. 2018 hat die RNV GmbH die Endschleife Rheinau zum Kompaktbahnhof umgestaltet. Dadurch wurde bereits das Ende der Relaisstraße modernisiert. Nun sollen auch die beiden weiteren Plätze entlang dieser Straße umgestaltet werden. Am Karlsplatz planen sowohl die RNV als auch die Stadt Mannheim Veränderungen. Es soll attraktiver, vor allem aber barrierefrei und sicherer für alle Verkehrsteilnehmer werden. Auch der Marktplatz wird umgestaltet. Die Bürgerinnen und Bürger konnten sich bei den Planungen einbringen. Er soll künftig ein Treffpunkt der Rheinauer werden und zum Verweilen einladen. Wir Rheinauer freuen uns auf die Umgestaltung hier vom Marktplatz und sehen der ganzen Sache sehr positiv entgegen. Wir sind in der Feinplanung ja mit im Boot und werden den einen oder anderen Wunsch da auch nochmal mit einbringen. Und dann geht's wieder in die Ruhe von Kompaktそう und zum Beispiel Eindring. Vielen Dank.